Hey Kuckuck, moin. Neues Mario Kart wäre halt Jackpot, aber die Frage ist, machen die das? Das Achter verkauft sich halt so gut, das ist das Problem. Hört mal auf das scheiß Spiel zu kaufen, Mann. Wie läuft's? Ja, Durchfall war halt sehr flüssig, aber sonst läuft's gut. Erstmal soll Metroid kommen. Jo, gönnt euch. Das werde ich aber mir nicht holen. Aber gönne ich euch. Da wartet ihr schon so ewig drauf. Wird echt mal Zeit. Aber nie so meins. Mein Samus hat geile Titten, ja, aber... Wozu gibt's Internet? Gut. Paris, Junge. Nicht gibt's. Im Januar. 28. Januar oder so. Alter, Mashallah, Junge. Wie müde ich bin, ey. Junge, Leben am Limit. Guckt euch das an. Ich sterbe. Mir hat einer vor die Fresse gehauen. Augenringe aus der Hölle. Shiny! 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 Alter! Ich hab grad nicht mal das Game angehabt. Shiny, Alter. Bei 735. Und es ist noch das Shiny, was ich hand. Junge. Ich guck grad mir ganz gechillt bei der Augenringe an. Stimmt, es hat zweimal Blink gemacht, ne? Muss ja. Und dann wird der... Das ist noch nie passiert. Seit knapp 6 Jahren hand ich Shiny, so 5,5 Jahre. Und ich hab, glaube, noch nie ein Shiny gehabt, wo ich grad die Cam auf Vollbild hatte und das Spiel nicht gesehen hab. Das ist noch nie passiert. Das ist eine Weltpremiere. Das hatte ich noch nie. Alter! Wie lustig, Alter! Das kannst du kämen erzählen. Leute, das ist einfach nur geil. Oh Mann. Haut's dich weg. So, ich brauche einen Superball. Würde ich sagen. Weil das passt farblich ganz gut. Gönnung. Und dann ist auch noch das richtige Poké in mich reingerannt. Ey, mach nicht diesen. Lustig. Einfach nur lustig. Premiere hier, ja. Ui. Geh rein, du Sau. Lass mal verfehlen. Ey, warum wackelt das nicht? Wo ist der Lackenwurf? Komm. Geh doch. Zack, hab's. Zack, hab's. Ah, zu geil. Ich mach noch hier. Oh, ich hab heute nicht gut geschlafen und musste übelst weit laufen zum Arzt und so. Ich seh aus wie so ein Zombie. Ich bin, ich bin, ich bin am Arsch, zack, shiny. Holy shit, ey. Geil. Einfach nur geil. Legendär, Leute. Legendär. Herrlich. Herrlich. Oh mein Gott. Die Katze miaut. Okay. So, holen wir ihn mal raus, den Pisser. 735 ist ordentlich. Da kann man schon mal einen shiny droppen, oder? Wo ist er denn? Ach, da hinten. Der ist nicht so schnell. Aber er freut sich wie ein Großer. Ehre. So. Ich guck mal, was hat er denn so für das? Bericht. Der besoffene Dino. Na, Fakt. Okay, also. Wir haben hier Titankiefer. Ich glaub, das hat der immer, oder? Titankiefer. Ist auf jeden Fall nett. Wesensscheu. Scheu, warum Scheu? Scheu ist natürlich richtig scheiße, ne? Wir bräuchten, was was Angriff pusht und nicht was Angriff senkt. Also, so das Gegenteil wäre geil. Aber Scheu ist halt schon wieder Schwanz. Naja, okay. Minze drauf. Man kennt's. Nice. Alter, legendär dieser Part. Junge. Man. Also,